Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 8. Juli 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1221 heute mit den folgenden Themen. Graubünden, Matter, Blockiermodus, Android Security, Apple TV Plus und Ikea. Und dann starten wir gleich mit Graubünden, oder besser gesagt mit dem Bündnerland. Das ist für die deutschen und österreichischen Zuhörer ein Kanton. Einer, der ganz im Osten von der Schweiz ist, da wo ich aufgewachsen bin. Schöne Berglandschaft etc. Da gibt es eine Neuigkeit. Die führen nämlich etwas ein, was es so eher in Grossstädten wie Metropolen wie London usw. gibt. Nämlich sie fügen die Bahntickets, also die Möglichkeit Bahntickets auf eine Karte zu kaufen, direkt mit einer Bezahlkarte zusammen. Also quasi eine Kreditkarte mit der Möglichkeit, Billette draufzuspielen. Das Ganze wird zuerst in St. Moritz in Chur und Davos. Das sind wahrscheinlich Städte, von denen ihr schon mal gehört habt, auch aus dem Ausland. Da führt man das Ganze ein zum Testen. Und später soll dann das auch auf das ganze Gebiet, also auf den ganzen Kanton ausgeweitet werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Man will da auch etwas wie, ach wie hieß es nochmals, dieses Fortick haben. Quasi man steigt ein, hält die Karte dran und steigt irgendwo dann wieder aus und hält die Karte wieder dran. Und dann wird das optimal günstigste Angebot und oder schlussendlich, wenn ihr weiter unterwegs seid, vielleicht auch eine komplette Tageskarte dazu gebucht, sodass ihr immer das günstigste Modell habt. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird. Mittlerweile habe ich gefühlt, oder muss man so sagen, man wird ja auch dahin getragen, die Billette in der App zu kaufen. Ich bin ein grosser Fan davon und wenn ich Billette kaufe, kaufe ich das in der App drin, lad die mir dann gleich auf meine Uhr, auf mein Smartphone und habe die überall mit dabei. Da bräuchte ich nicht so eine Kombikarte. Aber es kann auch Vorteile haben. Weiter geht's mit Matter. Ihr wisst ja, den Standard, der hoffentlich irgendwann mal einer wird, also einer, den man auch anfassen und nutzen kann, das wurde ja auf diesen Herbst verschoben. Nun, jetzt werden wir sehen, wann dann dieser Herbst kommen wird. Erste Gerüchte munkeln ja schon Anfang 2023. Auf jeden Fall ist jetzt bekannt, dass nicht mit iOS 16 Matter direkt mit reinkommen wird, was natürlich darauf hinweist, dass eben das Ganze noch vage ist und Apple sich damit auch die Karten offen hält, das nicht schon von Anfang an mit reinzumachen, wenn es dann doch nicht wirklich da ist und so weiter. Also von dem her dürfen wir weiter gespannt bleiben und abwarten. Weiter geht es mit der Geschichte rund um den neuen Blockiermodus bei Apple. Apple hat reagiert. Ihr mögt euch vielleicht noch an diese Spionagesoftware-Geschichte aus Israel erinnern. Pegasus oder wie das hiess, wo Menschen, die eher in der Öffentlichkeit sind, wie Journalisten, Politiker, Anwälte etc. ausgespäht wurden. Und zwar im grösseren Umfang, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, als einem, das lieb ist. Und zwar auch Journalisten, von denen es man nicht gedacht hätte. Und genau für die will Apple eben sogenannten Blockiermodus bereitstellen. Das heisst, die ganzen Apps wie zum Beispiel die Nachrichten, Safari, die ganzen Apple-Dienste werden stark in deren Funktion eingeschränkt. Das heisst, über die Nachrichten-App könnt ihr dann wirklich nur noch Nachrichten verschicken und vielleicht ein Foto. Aber all die anderen lustigen, fancy Funktionen gehen nicht mehr, über die man dann eben Dinge mit reinschmuggeln könnte. Wie eben eine URL, wo es eine Vorschau gibt. Die wird vorgeladen und schon habt ihr dieses Pegasus auf eurem Betriebssystem. Oder die Möglichkeit, einen Weg da reinzubekommen etc. Das wird eingeschränkt. Auch das Internet-Surfen, da gibt es Einschränkungen. Die Apple-Service als eigenes, auch da gibt es Einschränkungen. Und deshalb hat Apple auch beim Schutz, also bei der Möglichkeit, wenn ihr Sicherheitslöcher findet und diese meldet, einen neuen Betrag aufgeschmissen. Das Kopfgeld auf qualifizierte Funde, welche den Blockiermodus betreffen, bezahlt Apple jetzt doppelt und zwar nämlich maximal 2 Millionen US-Dollar. Plus, sie haben eine höhere Spende in Höhe von 10 Millionen ausgesprochen für Firmen, die sich darauf spezialisieren und da eben gezielter danach suchen. Eben auch nicht nur nach Pegasus. Da gibt es natürlich wahrscheinlich sicherlich auch noch diverse andere Lösungen, die da so unterwegs sind. Wenn wir gerade beim Thema Sicherheit sind, bleiben wir da auch. Das Android Security Build Juli 2022 wird sich ein bisschen strecken. Normalerweise, also früher hat Google noch monatlich bekannt gegeben, wo die ganzen Patches und was da alles mit drin sind. Für die ganzen anderen Hersteller ist Android oder besser gesagt Google sowieso schon davon ausgegangen und hat das ausgeweitet auf einen zweimonatlichen Ablauf. Bei den eigenen Pixelphones wird es bei dem Monatsrhythmus bleiben. Was aktuell mit drin ist, ist nichts, was schlimm ist, nichts, was allzu gross ist. Die ganzen Lücken werden als mässig für den Kernel eingestuft. Aber dennoch gilt wie immer, wenn ihr ein Pixelgerät habt oder ein Samsung-Device, die bekommen ja auch regelmässig und immer ihre Updates pro Monat. Bei anderen Herstellern schaut es ein bisschen weniger so aus. Generell gilt einfach, habt ihr Updates, spielt diese auch ein und denkt dazwischen auch mal an ein Backup, wie immer. Dann gibt es Neuigkeiten aus den USA, wieder mal ein paar Zahlen. Apple TV Plus, also der Dienst von Apple, nicht die Hardware, hat einen Marktanteil von 6%. Netflix verliert sehr stark an Wert in den letzten Monaten und somit freuen sich da natürlich andere Hersteller. Auf Platz 1 ist bei den Streaming-Plattformen in den Staaten Netflix mit 21%, gefolgt von Amazon Prime Video mit 20%, HBO Max mit 15% und was mich verwundert, Disney mit in Anführungs- Schlusszeichen nur 14%, gefolgt von Hulu, eben Apple TV Plus, Paramount und dann noch die 10% andere Streaming-Dienste. Da gibt es ja mittlerweile wie Sundam mehr davon. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten. Ich habe schon mal darüber, ich glaube sogar gesprochen, aber zumindest im Blog darüber geschrieben, dass Ikea neue Produkte rausbringen wird, rund um die Symphonisk, also um die Lautsprecher, die Regallautsprecher. Da gibt es nämlich neue Halterungen mit Wireless-Charging-Funktionen und es gibt neue Bezüge für den Frame, das ist das Symphonisk-Musikteil, was wie ein Bild ausschaut. Da gibt es mittlerweile schöne Bilder, aber auch für den Tischlampe-Symphonisk-Lautsprecher gibt es neue, ja so rundherum-Muster-Dingens, die man da rumdeckeln kann, wenn man dann möchte. Link wie immer dazu in den Shownotes, aktuell in einem, ja wie heisst das, Launchbook zum Sommer, wie es Ikea genannt hat. Kann man sich anschauen. Da gibt es natürlich auch andere Geschichten, die da mit drin sind. Ikea hat dazu ein PDF bereitgestellt. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Ich wünsche euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Freitag. Und ja, fast vergessen, hier auf dem YouTube-Channel zum Podcast gibt es auch ein neues Video, das, wie hieß es, genau, der Huawei MateView SE Monitor, über den ich letzte Woche gesprochen habe, den ich in Berlin gesehen habe, ist jetzt mittlerweile schon bei mir. Ich konnte mir ein bisschen anschauen und ihr könnt euch das auch anschauen, wenn ihr möchtet, den ersten Eindruck zumindest. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.